ja servus leute und alter und herzlich willkommen zu einer neuen folge stack lens hier auf meinem kanal wo haben wir die truhe mit truhe da unten ist eine wo haben wir noch eine wir hatten wir hatten auch hier oben eine da dazwischen anderen sachen steckt die münztruhe ein omelette das kann auf die kantine wir haben noch mal drei erdböden baunhöfe haben wir da apfelbäume haben wir da bärenstrauch das ist in ordnung apfelbaum haben wir da noch ein paar kann der schwertkämpfe echt viel machen schatztruhe können wir verkaufen stock kann man die stocktruhe packen feuerstein feuerstein eisen erz so gleich mal gucken wie viel wir da noch brauchen steintruhe holztruhe ist voll die können daraus noch mal die brett machen aus dem holz müssen ich gucken dass wir ein bisschen chaos hier beseitig kriegen es ist richtig richtig heftig aber wir haben auf jeden fall möglichkeiten gerade ohne ende hier eier ohne alter wie viele eier wir haben das ist richtig heftig vor wie viel eier wir hier haben leute das wahnsinn also wir könnten es der ich noch meinen markt gebrauchen glaube ich hier ist noch mal weiterer friedhof wälder aber da wir haben altes dorf da wir gehen noch mal in den decker wir gehen noch mal in entdeckereien gucken uns das mal an wir haben jetzt vier friedhöfe achte schande ein fels ein schleim und ebene noch mal bekämpfe erstmal den schleim ob salat haben wir noch mal da magischer staub hier mit bei eier wie viel zeit wir haben das ist wahnsinn münztruhe da ist noch ein ei ein ei oh wei oh wei das ein bahnhof fünf bauernhilfe haben wir die fels kann man abbauen als nahrtsholz feuerstein karte entdecker altes dorf aber auch mal kunden ein omelette eisen stangen also ein stang aber auch mehr als genug jetzt gerade auch eine münztruhe die schatztrunken weg da haben wir noch einen erdboden da haben wir noch mal stein der laufboden wird zum entdecker bitte was sind karten da das heißt du bist mit der entdecker münzen eine leiche haben wir gefunden hält der falter das ist fast fertig omelette lagerfeuer lagerfeuer haben ein lagerhaus haben wir hier das geht schon gar nicht mehr daran ok ordner axt hat er wie viel zeug wir haben das wird immer heftiger hier nach münztruhe ein omelette und noch ein omelette schwertkämpfer weitere münzen gehen wir noch mal in entdecker sagen der entdecker kann das entdecker da da arbeiten baum wolf und berg wir haben noch im werk ok wolfs kopf ein baum den wir fällen können die katakommenden können wir entdecken wenn ich wüsste jetzt ok wir kriegen noch mehr plötzlich weitere lagerhäuser ok aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher was brauchen wir denn für weitere lagerhäuser nochmal was soll das nochmal ich vergesse das irgendwie immer stein eisenstange dorfbewohner ernähren stein und eisenstange ich meine wir kriegen ja nur mehr karten also wir können nur mehr karten unterkriegen aber ansonsten hilft uns das ja nix seltsames portal nein neumund starten so drei märkte haben wir so das lagerfeuer ist bedient das heißt die alle kommen erstmal dahin wir haben hier mehrere äpfel wir haben hier holz zur verfügung alten weltzeit den können wir noch entdecken wir haben noch ein erdboden bekommen da noch mal holz feuerstein eisenstangen sind vollstock haben noch einbekommen da ist noch holz das noch eisenstangen noch mehr eisenstangen also eisenstangen aber genug stein und mit was aber stein eisenstangen dorfbewohner naja ok da müssen wir das gleich machen wenn dementsprechend das portal weg ist ne den entdecker packen jetzt erstmal weg den entdecker packen jetzt auch erstmal weg ich dachte es mir schon ich habe schon fast gedacht hier wenn einer schon mal weg wäre hier ne ja schon mal geil der schwertkämpfer geht raus wo ist er der schwertkämpfer hat knapp überlebt alter falter sagte nur mit zwei leben heftig ich weiß jetzt nicht was wir in die knochen sollen ich würde die knochen erstmal abgeben leute bei uns bringt das nichts wir haben kein platz hier münzen die kürtel gehen wir ab markt da haben wir noch am markt das mit dem magischen staub der kommt erstmal hier mit rein wir haben hier eisenstange stein und dorfbewohner da haben wir zwei leichen geben wieder ein friedhof da haben wir ein ei da haben wir ein omelett da haben noch ein omelett noch ein friedhof weitere münzen dann gehen wir in ernten und sehen auf jeden fall bitte noch mal eine karotte was da jetzt los ok ein skelett ihr merkt schon wie heftig das ist hier mit mit friedhof wie viel friedhof haben wir denn jetzt alter falter haben wir eine ganze menge steine da haben wir eine ganze menge pampo und knochen magischer staub ressourcentruhe mit zwei bretter eine eisenstange ein feuerstein zwei bretter eine eisenstange ein feuerstein äh feuerstein dann brauchen wir noch mal eben schnell eine ressourcentruhe dann brauchen wir hier noch mal ein brett draus bitte dann machen wir bitte noch ein ziegel draus ziegel brauchen auch noch mal ja du entdecker gehst bitte röser reinig irgendwas als das dorf friedhof hat ihn halt friedhof hatte ich weggepackt ne ok ne kuh das heißt wir kriegen jetzt wieder milch sehr schön den baum können wir fällen den wir alter falter das wird ja immer heftiger hier ne aber wir haben gut zu essen ne das ist schon mal gut ein omelette der magik kann jetzt mal die bärensträucher hier ernten wir haben eine leiche hier da noch eine leiche machen friedhof draus aber ich würde sagen kommt leute idee ich weiß nicht was ich sagen soll ne da haben wir noch einen markt da haben wir noch münzen die münztruhe der magik kann jetzt das erstmal machen da haben wir noch katakomnden das brett kommt hier rein wir müssen ein bisschen auf jeden fall sortieren ne sein omelette ebenen eier eier ohne ende ne na gut wir machen in den nächsten fahrer weiterleute das wird hier zu heftig gerade ich muss überlegen wie wir es am besten machen wie wir am besten platz schaffen das war mal in den nächsten fällen von daher hatte ich danke euch bis dahin servus und tschüss das das ja so Bis zum nächsten Mal.